Ich bin Friedrich Peters, ich bin 25 Jahre alt und studiere in Seeremedizin an der Balsche. Mein Bachelor ist noch mehr gemacht und mein Master macht nicht zu leck. Ich bin noch im vierten Jahr. Als ich gelang war, wollte ich vom Veterinär machen. Im Lycée müssen sich dann entscheiden, weil ich das studieren wollte. Und in dem Moment wusste ich noch einmal nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich entschieden, für mich eine Pause zu machen. Es sind auch in dem Moment drei Mains an den Südafrika gegangen und haben dort bei einer Abnahmestation für Pavianen geschafft. Wir sind dann auch nur zwei Mains in Thailand geflohen und haben dort mit Elefanten geschafft. Und in dem Moment haben wir auch mit Veterinären zur Platz geschafft. Und dann haben wir dort ein bisschen gesehen, was zu machen. Und dann haben wir auf dem Moment wirklich gemerkt, dass mir dort wirklich viel Frieden und ich dort wirklich eine Leidenschaft entwickelt habe. Und dann haben wir uns auch nicht dann entschieden, den Veterinär anzufangen. Ich wollte auch mal in der Stadt mit Schuhe gehen. Also in der Bad wollte ich halt zu Wien gehen. Das war halt mein erstes Schuhe. Mein zweites Schuhe war dann an der Balz. Ich wollte dann zu Namiö gehen, weil Namiö, also die Stadt selber, hat mir halt gefallen. Das war auch ein bisschen mit Klang. Und wirklich, dass du nicht mit Klang hast. Also sind da auch mehr engadriert. Und jetzt bin ich hier auf Leck gegangen, weil die drei Lachuren nicht zu Leck sind, meistens in Französisch, und wenn sie dann nicht zu Leck sind. Und dabei muss ich einen Unterschied machen zwischen Etudiant-Résident und Etudiant-Non-Résident. Als Résident kann ich euch direkt so ausschreiben, da hast du kein Problem. Aber als Non-Résident, du hast einen Tirag au sort. Und weil auch ganz viele Franzosen an Balsch kommen, sind die Chancen nicht so hoch, für das Ungeholz zu gehen. Und weil euch die Chance hat, dass euch die Döbe-Nationalität in Balsch holen, kann ich mich dann als Résident ausschreiben. Ich finde es wichtig, dass ich auch für sich eine gute Möglichkeit habe, am letzten Jahr vom Lycée zu haben. Weil ich persönlich habe diesen Weg nicht. Und es tut auch immer, dass ich dann schnell nicht mehr so viele Optionen habe, was die verschiedenen Länder betrifft. Und ich weiß, dass es doch schwer ist, die Motivation zu finden, weil ich halt auch nicht weiß, was ich machen will. Aber ich kann einem halt nicht hören, wenn ich wirklich versuchte, seinen Balsch draus zu machen und halt einfach einen relativ okay Moment zu holen. Also mein Studium ist halt heute meine praktische Fächer und meine theoretische Fächer. Mir werde ich halt am liebsten haben, als ich dann echt so die praktische Quelle haben, wo wir dann auch mehr aktiv auf Däher schaffen und so. und ich dann mehr konkret dann das machen, was der Beruf auch mich betrifft. Und das ist dann auch etwas, was mich persönlich auch an mich befrieden möchte und mich auch motiviert, für meine theoretische Kuren dann weiterzulehren. Also das Studium in sich ist relativ lange. Es dauert mindestens sechs Jahre. Und das ist auch kein einfaches Studium. Das muss man sagen bewusst sein. Es sind aber auch relativ viele Leute, die dann auch ein oder zwei Jahre, wie viele auch immer, jahren dann Dublehren. Und ich fand das halt wichtig, dass ihr nicht vergisst, dass ihr okay seid, dass ihr nicht zu bestimmen und ein bisschen am Schluss zu fallen, wenn ich dazu sagen darf. Mehr deshalb auch nicht den Anfang der Welt ist, dass ihr dann sich dann zusammenrappt und dann noch ein paar auffängt und weitermüsst. Also ich war eigentlich schon bis jetzt ein Studium gemacht. Ich musste halt eine Studium wählen, wo ich halt Materie schaffe, also an dem Domain Materie, die mich noch nicht am Veterinärbereich schaffen. Und ich bin halt im Moment der Studium bei der Abnahmestation für Völdeieren zu Diddling gemacht. Das war doch super. Es sind noch viele Eventen, die organisiert werden, zu Leck und zu Namur auch. Und dann dabei ist allgemein, es ist halt auch Debattem. Ich war ziemlich bekannt, dass ich nur noch ein paar seinen Schnitt gemacht habe, damit es dann auch in Engmisch geht, für dann so Freundschaften zu schließen und so halt ein bisschen feiern und Connections und so weiter zu holen. Also ich sehe nur am vierten Jahr, natürlich schwankend ein bisschen, um zum Schluss von meinem Studium zu kommen. Melo, ob ich Melo... Also ich tue natürlich auch Ideen, ein bisschen pure Ideen, weil ich mich spät machen will. Und ich finde es wichtig, dass ich ihn halt nicht so frei und so schnell sich überhaupt so fixiert und sich dann halt hier ein bisschen zogen möchte. Bis zum nächsten Mal.